Mein Name ist Fritz Tangermann und ich starte dieses Crowdfunding-Projekt, um zwei Konzerte veranstalten zu können, in denen Streichquartette von Klaus Fischer-Diesgau uraufgeführt werden sollen. Es liegt mir am Herzen, nicht nur, weil ich sein Schwiegersohn bin, dass seine Musik gehört und in Konzerten gespielt wird. Darüber hinaus wäre es natürlich fantastisch, eine CD mit diesen Streichquartetten produzieren zu können. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Ich kümmere mich um den kompositorischen Nachlass von Klaus Fischer-Diesgau und habe seine Werke im vergangenen Jahr dem Mendelssohn-Archiv an der Staatsbibliothek zu Berlin übergeben. Die Mitglieder des Streichquartetts, das Sie im Hintergrund hören, werden auch die Uraufführung spielen. Sie stammen aus Magdeburg und werden beim ersten Konzert im Mai den Namen Ihrer neuen Quartettvereinigung bekannt geben. Um dieses Crowdfunding-Projekt verwirklichen zu können, bitte ich Sie sehr herzlich um Ihre Unterstützung.